so liebe leute hallo und herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt wieder mit dabei lord leverwurst so leute wir haben ja die burton lmr freigeschaltet das sind ja die neuen waffen die reingekommen sind ich möchte euch mal die burton lmr graben zeigen ich hoffe dass das video jetzt läuft ich habe gerade gespielt habe kläglich versagt ich hoffe jetzt einfach dass mit der unterstützung von leverwurst das ganze besser läuft im stream letztens ging ich ja gut damit ab aber ihr wisst ja wie das ist immer wenn man den aufnahmebutton drückt dann dann läuft richtig kacke ist auf dass einer dritte ecke steht in der ecke der hat nicht mehr viel super mal bleib liegen bleib liegen nix noch du bist aber in der wand drin ich glaube ich kann ich nicht holen scheiße töte ihn der stil oder wenn sie weg da stand genau einer jetzt habe ich das burton ja hast du noch nicht freigeschaltet generell von den neuen waffen kaum welche freigeschaltet das ist wirklich mega gut finde ich ich gucke dass wir das hier mal einnehmen warte mal ich komme mal in deine richtung naja was auf hier ist keiner gerade ich habe angst ja wir sind halt auch gerade kläglich am abscheißen ist da einer ich habe ihn gerade gehabt aber die schießen noch auf uns also es werden wahrscheinlich gleich wieder welche kommen ja da kommen welche von hier scheiße ach da hinten schießen auch wieder kacke naja gucken wir mal ja dafür brauchen wir nicht die automatik nehmen naja die cherry gotti nehmen so ich spawn mal bc hinten ist ja da bock drauf da ist einer rüber gesprungen glaube ich oder wird hier schon wieder geschrotet oder was komm da oben komm leute nach leute nach leute nach er sitzt mann er sitzt schon wieder draußen und camp eine runde mann es ist so schlimm ey warte ich hole dich naja ich bleib nur liegen danke dir danke dir man hey sie chillen in den ecken pass auf wir sind irgendwo noch welche ich habe das gefühl hier sind überall welche naja sind wir noch welche irgendwo kommt von hinten glaube ich von hinten kommen sie leute pass auf ah hier ist gas scheiße ich dipp oh hier ist überall gas ne alter fegt euch doch mit euren dreckigen gasgranaten mann naja warte bleib dir nicht heilig warte warte ok da kommt einer pass auf pass auf komm vielleicht von hinten hat sie viel geworfen ey wie kann er mich da treffen ne im sprung wieder ne hey und nur wieder hellriegel den ganzen tag ne da chargt einer rein bei c sind wieder welche ey wir haben eigentlich nur c die ganze zeit ne die anderen haben wir gar nicht ja dementsprechend ist auch unser punktestand ach das ist doch kacke das ist doch kacke ja da sind zu viele das sind zu viele vielleicht holt mich der medic aber danke bro du bist der beste wieder auf c mhm ich bin immer noch da ich komm auch hin ach warte du bist da ja c4 pass auf gegenüber am haus steht einer wirft die ganze zeit mit c4 ja ey das sind zu viele gerade das ist das entweder wirst du mit gasgranaten gefickt oder 20 mannen auf dich zu ey kannst du aber nirgendwo anders spawnen b verlieren wir jetzt b a nehmen wir gerade ein b verlieren wir ich kann gerade nirgendwo spawnen hinten ich geh mal mit zu a wieder ich bin in der nähe gespawnt b wird auch eingenommen Digga rennt noch zu a wenn du schon da bist ach der chillt da ey nicht mal ne killhilfe oder was das ist doch so lächerlich ja ich seh es ja ich seh es durch den stein weggeschossen er läuft runter und schießt durch den stein durch ne pass auf da kommt noch einer und gleich tot Digga schießt doch warum schießt er nicht man alter was ist denn bei ihm falsch gegangen ey guck mal wie die uns rasieren ey 25 ist richtig schlecht wir haben so richtiges richtiges balance richtiges balancing ist das wieder hier ey so wie er der einzige server der eine gute verbindung hat ne alle anderen sind richtig kacke ja guck mal 26 zu 130 ja wir können halt nur noch so lange wie möglich hier dann mehr auszögern anders wird das nix mehr anders wird das nix mehr anders wird das nix mehr fack mich echt immer wie die mich treffen ne der ist hier hinten irgendwo wo der ist hier drinnen im haus der ist hier oben jetzt ey man kann auch richtig schillen Digga man kann auch richtig schillen ey schnell nach rein schnell nach rein schnell nach rein schnell nach rein naja scheiße man wo liegst du? auf der straße da ist aber einer direkt im haus drinnen hier ja genau da ja ich hab nicht gesehen von wo du kommst scheiße 10, 5 ok ok alle wieder auf A A wird eingenommen sehr nice ah die chillen auch alle viel zu viel im haus auch drinnen weißt da sitzen viele richtig im haus drinnen und chillen über den ganzen tappen ja dafür ist du es halt prädestiniert nutzen es halt richtig aus ja ich bin Gibg Toten warte wo wirst du warten jawohl mach ganz schön ich mich natürlich danke die Curiosity und steht ein einer über all Oh, die sind oben auf den Dächern. Sind die drauf, Mann. Das ist richtig kacke, ne? Oh, shit. Oh, shit, 91. Oh, den haben wir auch, Mensch. So, okay, wir haben A, wir haben B, holen wir auch. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Vielleicht ist das ja noch gar nicht. Jetzt holen sie aber A wieder. Ich bin bei A. Cesar. Ah, das hätte wohl mal ein Headshot sein können aus der Entfernung, ey. Mann, die Waffe, die fetzt eigentlich schon mega rein, ne? Du bist gerade an einem vorbeigelaufen. Ja, nee, ich habe mich versteckt, weil ich den gehört habe. Ach so. Okay, wir müssen B wiederholen. Da ist einer drin. Ja, da oben ist auch einer drauf. Pass auf, laut. Oben auf dem Haus. Der schießt auf dich oben. Siehst du den? Er ist jetzt runtergejumpt. Ey, gar nicht getroffen. Was soll denn das, Mann? Ey, ich bin so drauf, ne? Ey, dieses Gekämpe hier schon wieder, ey. In den Häusern stehen sie drinnen und chillen, ne? Ey, den ganzen Tag. Den ganzen verfluchten Tag, ey. Das kann doch nicht sein, Mann. Was sind das immer für Spieler hier, die dieses Spiel spielen? Oh, jetzt chillt wieder irgendwo einer. Irgendwo im Haus hier, glaube ich, drin, ne? Du musst aufpassen, hier ist wirklich mega gekämpft, hier. Warte, brauchst Munition? Fuck, von hinten. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Bist du den? Wo liegst denn du? Ist es wer da? Ich bin noch am Leben. Ach so, bist du noch am Leben? Okay, passt. Alter, die Waffe ist so geil, ne? Lord, pass auf, die kommen hier rein. Ach, scheiße. Halt. Das sind doch immer gleich so viele, ne? Ich geh halt wieder vor mir und... Das sind auch gleich immer so, keine Ahnung, so... Drei, vier Stück immer so, die auf einmal kommen. Alter, wie viel sind da? Alter, wie viel sind die jetzt gerade? Wir schaffen es trotzdem nicht mehr, aber... Das war eigentlich ein ganz gutes Match, fand ich. Also jetzt am Ende haben wir noch ganz gut aufgeholt, ey. Digga, geh rein, geh rein, geh rein. Oh, hinten im Hauss, Digga, mach Platz, mach Platz, mach Platz. Ach. Er liegt wieder da, er liegt wieder da, ey. Er legt sich einfach da hin und... Und chillt, man. Wie schlecht muss man sein, ey. Wie schlecht muss man in diesem Spiel sein, um sowas zu machen den ganzen Tag, man. Ich muss ihn mir holen, er liegt hier hinten. Er liegt nicht mehr da. Quack von hinten. Hört mich auch. Auf dem Dach mit SMG. Mhm. Komm, mach ein Blatt, mach ein Blatt, ey. Wie lange überlebt er bitte? Er tötet alle. Ey, es rennen drei Leute an ihm vorbei und er tötet sie? Das kann doch nicht sein, ey. Was haben die Leute immer für ein Glück, weißt du? Okay, wir nehmen den Punkt hier mal schnell mit ein. Wie sieht's aus? 24, 9, geht eigentlich. Das ist immer so offen hier. Ich muss irgendwie ein bisschen hinter die Häuser versuchen, langzugehen. Das ist natürlich eine Gaskanade, das ist wieder herrlich. Da in dem Haus, worauf du gerade zuläuft, da waren wir echt hier drin. Ja, bei B sind einige drin. Achtung. Ja. Ich weiß nicht, was ist das? Ist das eine One-Hit-Waffe oder was? Diese Peacekeeper-Waffe, ey. Kann doch nicht sein. Kann doch wirklich nicht sein. Boah, die ist heftig. Hat er die freigeschaltet, echt? Ja, aber kann doch nicht sein, ey. Also, die ist, die muss richtig heftig sein. Ich spawn und gleich wieder tot, ne, ey. Es ist zum Kotzen, Mann. Warum haben die diese Scheiß-Patches? Warum bringen sie die überhaupt raus, wenn das gar nicht funktioniert, ey? Das ganze Rumgepatche einfach nix bringt. Na ja, vorbei. Na ja. Ich bin trotzdem zufrieden, ey. Ohne, 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 ohne Gekämpe, so eine Leistung, Mann. Die ganzen Missgeboten im Gegnerteam, ey. Die müssen richtig hardcore campen, um überhaupt was zu reißen, ey. Richtig schlecht, Mann. Na ja, gut. Egal. So ist das halt. So, ich muss noch ein paar Leute Munition zuwerfen und dann habe ich die Visiervariante freigeschaltet. Die würde ich eigentlich gerne auch noch zeigen. Ich muss mal gucken, wann ich die freigeschaltet habe. Gut, Leute, dann sage ich auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen, Leute. Leverwurscht, wieder mal. Bitte, bitte. Und, ähm, dann sehen wir, hören wir uns beim nächsten Video zu Battlefield 1. Macht's gut, haut rein. Euer Panne. Servus. Euer Panne.